Eigentlich ist Wertschätzung die Bereitschaft, den Reichtum in meinem Leben zu sehen, das Licht im Anderen zu sehen und das Schöne im Anderen, die Würde im Anderen zu sehen. Und natürlich das, was er mir vielleicht gibt, zuteil werden lässt, wie der so ist, immer der Andere, die Andere. Oft sind es ja Dinge, die wir schon genießen, die wir schon wahrnehmen, die uns gut tun, also die wir dann auch in gewisser Weise in Anspruch nehmen. Aber wir bleiben halt stumm.